Das Thema von Lanterniden ist Autonomie und auch sich selbst finden, was ist eigentlich mein Kern, was ist eigentlich mein Wesen. Und das tut man auch in die Homöopathie. So, darum sind Leute, die eine starke Lanternid-Qualität haben, sind Homöopathen, haben eine starke Lanternid-Qualität im Allgemeinen. Kann natürlich sein, dass sie auch andere Themen haben ins Leben, aber in das Homöopath-Sein steckt eine Lanternid-Qualität.